Na alle zusammen, mich hier ist wieder Heuteler und heute wieder für euch in Shadowlands Under X und heute würde ich euch heute wieder so einen kleinen Mage Tower Guide präsentieren. Heute wollen wir uns den letzten Shami-Spec angucken und zwar einmal hier den Heal-Shami. Ich habe jetzt ein paar Tries gebraucht, um das zu erspielen, weil ich normalerweise halt kein Heal spiele und das dann doch ein bisschen tricky ist. Nichtsdestotrotz hat es bei mir ganz gut geklappt am Ende. Wir werden uns jetzt als erstes einmal die Skillung angucken, dann schauen wir uns einmal das Gear an, gehen dann noch so ein bisschen auf Consumables ein, beziehungsweise Sockel und natürlich auch Verzauberungen. Sonst seht ihr ja bei mir immer hier mit einem Add-on diese ganzen Sachen angezeigt. Ich habe jetzt, weil ich ein bisschen Add-on-Bugs hatte, für die Heil-Challenge alles mögliche deaktivieren müssen. Vielleicht ist das bei euch auch der Fall. Und zwar wollte ich mein Schlachtzugsprofil für den Heiler hier in die Mitte ziehen und das haben irgendwelche Add-ons für diese Challenge geblockt. Vielleicht ist das bei euch auch das Problem. Wenn ihr da Probleme habt, dann sind es vielleicht Add-ons, die ihr ausschalten solltet. Gut, fangen wir an mit der Skillung. Ich habe einmal gespielt mit Wogen, dann Echo der Elemente habe ich gespielt, statische Aufladung, Seenstärke der Ahnen, Wächter der Natur, dann habe ich Totem des Wolkenbruchs und Aszendenten habe ich gespielt. So, dolla. Dann schauen wir uns einmal das Gear an. Wie bei den allermeisten Challenges habe ich mir wieder ein Gear selber hergestellt, beziehungsweise auch mal ein Auktionshaus gekauft und die Teile schimpfen sich hier, Hergestelltes und dann irgendwas. Das sind vom Lederer einmal hergestellte Items, die ein Lederer aus MOP bauen kann und die kann man dann mit diesem Herstellungs- oder Handwerksmarken dementsprechendem Itemlevel variieren. Ich habe mir die Version Level 48 geholt, hat einfach den Hintergrund, bis Stufe 50 kann man quasi nochmal Verzauberungen drauf machen und bestimmte Sockel einmal in das Gear einsetzen. Wir werden im Mage Tower E hier runter gescaled und zwar auf Stufe 50, beziehungsweise Itemlevel 50. Heißt, wenn ihr Sachen habt, die Sockelslots haben und Stufe 50 sind oder ein Ticken darunter, dann sind es die idealen Sachen. Für dieses hergestellte Gear muss man eigentlich nur Gold haben oder halt einen Lederer, der sich das selber craften kann. Stellt euch dann das Ganze auf Itemstufe 48 her, dann könnt ihr, wie ich hier zum Beispiel, extra Sockel überall noch einsetzen mit Int und noch Verzauberungen. Ich habe zum Beispiel auf die Hände fünf Zaubermacht drauf verzaubert, plus hier einen epischen Int-Sockel. Besser wäre noch einer mit vier Inten epischer. Der war aber hier ein bisschen zu teuer auf dem Server, deswegen habe ich die Low-Budget-Version gewählt, die aber auch teuer war. Dann auf dem Gürtel kann man noch einen zusätzlichen Sockel-Slot befestigen, und zwar mit einer Gürtelschnalle. Auf den Beinen kann man dann nochmal über, glaube ich, Schneider so einen Zauberfaden drauf machen, nochmal mit drei Int und zwei Vielseitigkeit. Auf den Schuhen habe ich vier Vielseitigkeit drauf verzaubert. Das hatte ich noch vom Shami, ich glaube, beim Heal-Shami, äh, vom Ele habe ich das noch drauf, die Versa. Ich glaube, beim Heal-Shami ist Tempo und Mastery besser, also da geht er vielleicht dann lieber auf Tempo und Mastery, ähm, aber ich war jetzt dazu faul, das nochmal umzuverzetten. Ähm, auch bei den Ringen ist es so, dass ihr am besten Tempo, ähm, Tempo-Mastery wählen solltet. Ich habe hier einmal die Ringe, die einen Juwel aus Shadowlands-Craften kann, mir geholt. Auch hier war ich wieder faul und habe die einfach von der, ähm, vorherigen Challenge quasi gelassen. Äh, die Sockel, die ich da drin habe, sind zwei bestimmte, und zwar heißen die einmal Säbler-Auge der Intelligenz, das hat halt sechs Int drauf, und das andere ist einmal Krakenauge der Intelligenz, hat auch sechs Intelligenz drauf. Die kann man aber nur einmal im Gear quasi einsetzen. Dann habe ich gespielt mit dem hochgeborenen Compendium der Wirbelnden Flut. Das ist ein Trinket, das einen Inschriftenkundler herstellen kann. Könnt ihr einfach aus dem Maha kaufen oder euch selber bauen. Ist aus BFA. Ist auch nicht sonderlich teuer zum Bauen. Ich habe mir das mit einem Twink selber hergestellt, was im Maha maßlos überteuert war. Dann, ähm, spiele ich einmal mit Säbler-Blick. Das ist einfach ein DD-Trinket, das noch ein bisschen Damage raushaut. Ähm, wenn man zwischendrin ein paar Damage-Fähigkeiten drückt, kann das hier nochmal ein bisschen passiv, ähm, reinlasern. Könnt auch mit jedem anderen spielen, nur mit zwei Highlight-Trinkets. Ich fand das ganz praktisch. War auch relativ stark bei mir in der, ähm, DD-Challenge tatsächlich. Deswegen habe ich das einfach angelassen. Dann Waffen ist nichts Besonderes. Einfach Erlung-Waffen. Ich hatte nichts anderes rumliegen. Hier habe ich die himmlische Führung drauf verzaubert. Dann bei den Handgelenken habe ich mir welche gegambelt. Und zwar hier neben dem Mage-Tower gibt es einen Händler. Und der verkauft euch einfach, ähm, gegen die Nitter-Charts ein paar Items. Die sind genau Item Level 50. Und dann kann man die auch mit den alten Verzauberungen verzaubern. Und noch einen Sockel zusätzlich kriegen, wenn man ein bisschen Glück hat. Ich habe jetzt hier die 15-In-Verzauberungen drauf gemacht. Das ist die aktuelle, ähm, ja. Also hätte er auch ein höheres Item nehmen können. Aber hier hatte ich drei, äh, hatte ich nochmal, kann ich nochmal drei Int über den Sockel mitnehmen. Deswegen dachte ich mir, komm, machst du das mal. Auf die Brust habe ich 30 Primärwerte. Rücken habe ich 20 Ausdauer plus 30 Lebensraub. Auf den Schultern habe ich dann eine Schulter-VZ über Inschriftenkunde ist das, glaube ich, kann man die bauen. Die kann man auch im H kaufen, kann auch jeder einsetzen. Fünf Int plus zwei Crit. Hier das Heilsteil habe ich einfach nur wegen den, ähm, Sekundär-Stats. Also da könnt ihr auch alles andere nehmen, theoretisch. Herz von Azeroth hat ein bisschen mehr Stats drauf. Die Bonus-Sachen von dem Herz von Azeroth oder anderen Geschichten funktionieren im Mage-Tower leider nicht. Also das könnt ihr leider dann nicht benutzen. Und auf dem Kopf habe ich dann noch einmal hier ein Meter-Steinchen drin und zwar mit drei Crit, äh, drei Prozent Crit und drei Intelligenz. Soweit zum Gear. Dann zu den Consumer Bills. Ähm, ich habe einmal gespielt mit dem großen Fläschchen der unendlichen Tiefen. Das hat am meisten Int drauf. Dann mit den allen balsamierten Öl. Ähm, Wasserschild haben wir natürlich drauf. Kriegsrolle der Intelligenz. Die kann einen Innschiffen-Kundler bauen. Dann einer Verstärkungsruhne. Und ich habe hier mit dem Tempo-Food, ähm, gespielt. Das hatte ich noch von der Enhancer-Challenge ein bisschen was über. Was ihr dann noch mitnehmen solltet, ist spiritueller Mana-Trank. Übrigens, falls ihr genauso ein Gims seid wie ich, der Mana-Trank liegt auf demselben Cooldown wie der Heal-Trank oder andere Pots. Also, wenn ihr wie ich einen Heil-Pot schmeißt und dann merkt ihr, ihr habt den Cooldown auf dem Mana-Trank, ja, dann geht es euch genauso wie mir. Gut, so viel dazu. Dann würde ich sagen, schauen wir in die Challenge rein. Das wird ein bisschen längeren Ritt. Nochmal einen Schluck hier auf das. Hm. Und dann schauen wir mal, was wir da alles machen müssen. Es sind nämlich etliche Phasen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach nacheinander durch und ich erkläre euch so ein bisschen die Grundfähigkeiten. Und wo ich was gezogen habe, einfach so ein bisschen, ähm, als, ähm, Info. Achso, noch ein kleiner Tipp. Ich persönlich habe mit Makros gespielt und zwar mit Heal-Makros. Ihr könnt natürlich das auch mit einem Heil-Add-On spielen. Ich kann euch das jetzt mal kurz zeigen. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Also, ich nehme jetzt hier einen Mob ins Target und ihr seht, ich habe hier in der Leiste meinen Frost-Jock und diese ganzen Damage-Zauber. Wenn ich jetzt über mich drüber fahre, dann habe ich wieder die Heils-Bass drin. Ich habe mir halt einfach, ähm, ähm, quasi Makros gemacht, wenn ich, ähm, einen Mob im Target habe und dann über einen Verbindeten drüber habe. Deswegen habe ich mir quasi auch das Raid-Frame hier unten dann eingeblendet, dass ich mit denselben Binds quasi damagen kann und heilen. Muss man nicht haben. Ich fand es ganz praktisch, sonst musste ich mir 10.000 mehr Sachen binden oder mit einem Heil-Add-On spielen und ich, ähm, habe tatsächlich kein Heil-Add-On. Und ich packe euch die Sachen mal in die, ähm, quasi dann in die Infobox, falls ich es nicht vergesse. Ich zeige es jetzt euch aber auch nochmal, wie die Makros im Ende im Groben aussehen. Also, das ist halt hier einfach ein Mouse-Over-Makro, ne, dass ich dementsprechend über die Verbündeten drüberfahren kann oder über mich selber auch. Und, ähm, das castet dann quasi jetzt hier zum Beispiel die Springflut auf dem Mouse-Over. Und wenn ich auf dem Gegner drüber fahre oder im Target habe, dann castet es quasi den Frost-Jock. Ähm, und auf, wenn ich über mich selber drüber fahre, natürlich auch die Springflut, ne. Und das habe ich mit den ganzen Spales gemacht. So, nur als kleiner Tipp, brauchst du nicht machen, könntest natürlich auch mit einem Add-On machen. So, achso, warum gehe ich jetzt rein, das war jetzt dumm. Ähm, wir wollen ja einmal die Aufnahme uns angucken. Ich spiele es jetzt sicher nicht nochmal. Bloß raus aus dem Laden, ich sag's euch. So, ich habe es nämlich mit aufgenommen und dann gucken wir einmal durch. Also, ganz am Anfang starten wir hier in der ersten Phase. Und ihr seht, wir haben hier einmal drei Typen. Wir haben einen Tank, wir haben einen Schurken und wir haben einen Hunter. Die müsst ihr hochheilen. Wenn einer von denen stirbt, ist es vorbei, ne. Also, das ist ganz, ganz wichtig. Und in der ersten Phase haben wir hier verschiedene Wellen. Die kommen immer nacheinander. Ihr seht, die erste Welle besteht einfach nur aus einem Armbruchstützen. Und der kann eigentlich zwei Sachen. Er kann ganz normal schießen, ja. Und, ähm, was er noch kann, ist hier Eisen-Mana-Stich. Und den müsst ihr schauen, dass ihr in dem blauen Pfeil immer einen Verbündeten drin habt. Der haut nämlich einen Dot auf den Gegner oder auf euren Verbündeten drauf. Und das verursacht relativ viel Schaden und zieht euch Mana ab, wenn ihr den kriegt. Heißt, wenn der auf euch drauf geht, dann ist euer Mana so schnell weg und das ist eigentlich Feierabend. Der darf immer, der darf nie auf euch gehen, sondern muss am besten immer, jetzt warten wir mal kurz. Und, äh, der sollte am besten immer auf, ähm, dem Tank gehen oder auf irgendeinen von den anderen. Ihr dispellt den dann schnell runter und gut ist. Wenn der drauf ist, sofort runter dispellen, am besten Cast Interrupten. Das zieht nämlich ziemlich Damage ab. Wenn ihr den abkriegt, dann ist es fast schon RIP, ehrlich gesagt. So, die zweite Gruppe haben wir einen Magier und wieder einen Armbruchsschützen. Armbruchsschützen hatte ich euch erklärt. Beim Magier ist es so, ähm, der castet hier Spells. Den ersten habe ich Instant Interrupted hier in der zweiten Gruppe. Und, ähm, jedes Mal, wenn er so einen Arcanenblitz durchkriegt, macht das Ding mehr Schaden. Deswegen habe ich jetzt hier auch den Stun reingehauen. Also, erst den ersten Interrupted und dann gestunnt, dass der die nicht durchkriegt. Der macht nämlich 100% mehr Schaden mit jedem, den er durchkriegt. Und ihr habt schon gesehen, was das reingeschöppert hat. Wenn er zwei Stacks hat, kann er einen schon fast one-shotten. Also, deswegen müsst ihr da ein bisschen gucken, dass er die nicht durchkriegt, ne? Ähm, die NPCs greifen hier immer random die Leute an, aber den Magier machen sie meistens immer als erstes. Das ist wieder da drauf, einmal quasi wegdispeln. Und, ähm, solange ihr jetzt nur den einen Armbruchsschützen habt, ist es relativ easy. Ich kann euch empfehlen, dass er zwischendrin ein bisschen damaged, ne? Heißt, äh, eure Damage-Zauber reinhaut. Hier haben wir jetzt wieder den, ähm, Caster. Im dritten Pack lasse ich ihn einmal casten. Und den zweiten interrupte ich dann. Heile ich meine Dudes ein bisschen hoch. Und jetzt haben wir einen neuen Mob. Und zwar haben wir jetzt, ähm, so einen Melee-Mob. Der hat genau zwei Fähigkeiten. Er hat so einen Wirbel. Da macht er quasi auf alle Mobs Schaden. Und er hat ein, äh, eine Geschichte, wo er quasi immer uns selber als Heiler verfolgt. Und wenn er an uns rankommt, damaged er ordentlich. Das könnt ihr gegenheilen. Oder ihr tut ihn mit dem Froststock oder mit dem Tod im Sloan und lauft weg. Ja, das sind die beiden Optionen. Jetzt seht ihr, hier macht er wieder so einen Messertanz. Das haut ganz gut Schaden raus. Da solltet ihr gucken, dass ihr die Gegner gut, oder eure Verbindenden gut hochheilt. Und danach setzt er instant wieder das Verfolgen ein. Ich hab ihn jetzt mit dem Froststock ein bisschen geslowt und lauf einfach ein bisschen weg, ja. Versuch wieder ein bisschen hier zu heilen. Wir haben hier auch den Spaß, dass wir im, im Laufen heilen können. Brauchen wir nicht unbedingt. So, und jetzt wird's aber interessant. Jetzt kommt die schwierigste Gruppe. Und zwar, ich lauf jetzt extra hier schon mal ein bisschen her. Sobald der stirbt, beginnt der Kampf. Und ihr solltet am besten hier schon dran sein. Und jetzt ist es wichtig, jetzt kommt der Magier gleich raus. Castet, ich interrupte ihn, die kommen alle zusammen. Dann lege ich mein Stunt-Totem hin, werden die alle gestunt und versuche die erstmal hochzuhalten. Und jetzt ziehe ich HT, Ascendence und mein Totem. Moment, ich muss mal kurz schauen, wie das heißt. Bin kein Magier, äh, kein Shami Pro hier. Also Totem der Heilungsflut ziehe ich, Kampfrausch und Ascendence. Der eine oder andere mag jetzt sagen, es ist ein bisschen over the top, dass ich alles ziehe. Aber hier kommt extrem Schaden rein. Das ist so ein bisschen die schwierigste Stelle jetzt in der ersten Phase. Deswegen ziehe ich hier alles. Die beiden machen nämlich ihren Messertanz jetzt gleichzeitig. Das müssen wir gegenheilen. Und ihr müsst noch gucken, dass ihr den Magier kickt, solange er im Leben ist. Jetzt verfolgen uns beide. Wenn ich alles gleichzeitig anhabe, kann ich das einfach gegenheilen. Ich ziehe jetzt hier noch ein bisschen Kettenheilung auf mich, dass die Verbündeten auch voll sind. Heile das einfach gegen. Und die machen das eigentlich immer abwechselnd. Die machen immer quasi ihren komischen Messertanz da und dann das Verfolgen. Und da müsst ihr dann so ein bisschen gucken. Das Erste, wenn ihr alle CDs anhabt, könnt ihr beim Verfolgen quasi einfach dran stehen bleiben. Beim Zweiten schmeiße ich jetzt meinen Slow-Totem rein. Lauf weg. Und wenn ihr es noch ready habt, dann könnt ihr euren CD ziehen, wo ihr quasi im Laufen casten könnt. Den habe ich aber irgendwie ein bisschen missklickt vorher schon. Also diesen hier. Und dementsprechend verkackt. Aber im Normalfall, wenn ihr den ready habt, dann hier am besten ziehen. Und jetzt geht es eigentlich immer so weiter, bis quasi einer stirbt. Und dann habt ihr noch einen über und da wird es relativ einfacher. Da könnt ihr einfach mit diesem Messertanz ein bisschen gegenheilen. Beziehungsweise halt schauen, dass ihr den anderen dann kitet, wenn er quasi euch verfolgt. Wichtig ist an der Stelle, ihr solltet immer schon relativ früh eure Mana-Quellen ziehen. Also wenn ihr so auf 70% Mana seid, am besten euer Totem einmal ziehen. Und auch den Mana-Pod, dass ihr nicht am Ende kein Mana habt. Die können, wenn es gut läuft, wieder vom Cooldown runtergehen und die können das ein zweites Mal ziehen. Und was ihr auch machen solltet, immer schön das Wasserschild oben halten. Das habe ehrlich gesagt ich verkackt. Ich wollte mir noch eine Weak-Aura holen, aber dann habe ich den Kampf tatsächlich vorher geschafft. Und ja, am Ende wird es mit dem Mana teilweise knapp. So, jetzt kommt die letzte Gruppe. Hier haben wir auch wieder einen Caster, einen Armbruchsschützen und einen Melee. Und jetzt ist es so, den Caster habe ich wieder Interrupted. Kommen alle zusammen, Stunt-Hotem drauf. Und jetzt müssen wir ein bisschen gucken. Ihr könnt da ein bisschen mit drauf DPSen auch, wenn ihr es zwischenseitlich schafft. Guckt aber auf jeden Fall, dass ihr den Magier Interrupted bekommt. Jetzt kommt wieder der Strahl, ihr müsst da hinten rein. Das müssen wir einmal dispeln, das habe ich ein bisschen zu spät gemacht. Der Drog geht ganz schön runter. Und den Typen habe ich jetzt ein bisschen gegengetankt. Theoretisch könnt ihr ihn auch quasi outrangen. Das Problem, was wir halt haben, wenn ihr von ihm wegläuft, könnt ihr teilweise nicht mehr den Pfeil in diese Mobs reinhitten. Und dann wird es halt schwierig. Und der Pfeil, der darf euch nicht erwischen. Wenn er euch erwischt, dann draint er euch instan das Mana weg. Dann habt ihr nicht mehr genug Mana, ihn zu dispeln. Und dann war es das quasi einfach so ein bisschen. Also da muss man gucken. Viel mehr kommt jetzt hier eigentlich nicht. Manchmal ist es ein bisschen blöd, weil die immer Target switchen. Ich hatte es in einem Fight mal, dass die den Magier auf zwei Prozent runtergehauen haben. Dann haben die auf einmal angefangen, den Caster zu hauen, den Hunter zu hauen, dann wieder den Rogue. Und das ist ein bisschen blöd. Da seht ihr einen jetzt auch schon ein bisschen runter. Also teilweise denkt man, die anderen sind gestorben, aber sind da nicht wirklich tot. Also da bis zum Schluss noch ein bisschen aufpassen, wie es dann dementsprechend mit dem Magier aussieht, dass ihr da wirklich jeden zweiten Cast am besten interruptet. Übrigens, froggen könnt ihr sie nicht. Das habe ich auch schon probiert. Das sind Untote, also das geht leider nicht. So, danach war es das eigentlich. Ihr seht, die letzte Gruppe ist nicht mehr so schwer. Da ist eigentlich dann immer die Schwierigkeit, dass man noch Mana hat. Ich habe ein bisschen falsch geheilt, sage ich euch ehrlich. Und zwar habe ich die ganze Zeit versucht, mit der Kettenheilung oder mit der Schnellenheilung hier durchzuhallen. War eine dumme Idee. Man soll eigentlich mit dieser, ich glaube, Welle der Heilung heißt das, mit der hier heilen, weil die doch weniger verbraucht. Vor allem in den Phasen, wo ihr jetzt nicht unbedingt krass in Lebensgefahr seid mit eurer Gruppe. Da am besten die Welle der Heilung benutzen. Dann habt ihr am Ende eigentlich immer noch genug Mana offen und kommt dann nicht in die Predulle. Ich bin nämlich, glaube ich, fünf, sechs Mal einfach da reingestorben, dass ich bei den letzten Typen gar keinen Mana mehr hatte und es dann tatsächlich hinten raus ein bisschen eng wurde. So, hier können wir jetzt auf jeden Fall recken. Und dementsprechend einfach schauen, dass wir unser Mana wieder einmal voll füllen. Sobald wir quasi hier vollgereckt haben, warte mal, wir können mal ein bisschen vorspringen, können wir ein Stück weiter laufen. Warte mal, gehen wir nochmal ein Stück zurück. Genau, können wir einfach hier die Treppe runterlaufen und kommen in den nächsten Raum. Und hier sind dann unsere NPCs wieder. Die könnt ihr vollheilen, müsst ihr aber nicht. Das ist vollkommen irrelevant, weil jetzt haben wir eine kurze Passage, wo wir quasi solo unterwegs sind. Und jetzt sind wir in einem Raum mit so komischen Augen. Wichtig ist, ihr solltet am Anfang in der Mitte stehen bleiben. Wenn ihr nämlich zu diesen Augen hinlauft, kriegt ihr AE-Schaden. Also die machen um sich herum einen Haufen AE-Schaden und töten euch relativ schnell. Ihr könnt am Anfang ein bisschen Kettenheilung, ein bisschen Kettenblitz machen, aber nicht zu viel. Es darf immer nur ein Auge sterben. Wenn ein Auge sterbt, kriegt ihr einen Haufen Schaden. Das ist etwa 50 Prozent, teilweise ein bisschen über 50 Prozent von eurem Leben. Jetzt lauft ihr dann in die Lücke von dem ersten Auge, weil die kommen immer näher auf euch zu. Und DPS in die nächsten Reihen, ein bisschen Kettenblitz. Solltet schauen, dass ihr komplett voll seid. Auge stirbt, seht ihr, ein bisschen unter 50 Prozent droppen wir. Wir heilen uns wieder voll. Nächstes Auge. Mehr ist es hier nicht. Wichtig ist halt, dass ihr immer ein Stück weiter lauft, weil sonst kriegt ihr den Schaden vom Auge zerstören ab. Und noch den AE-Schaden, dann sterbt ihr halt einfach. Also da müsst ihr ein bisschen gucken. Genau, das ist immer das Gleiche. Nächstes Auge killen, wieder ein bisschen vollheilen. Viel mehr kommt hier nicht. Und diese Mechanik haben wir dann später auch nochmal. Bloß später kommen dann halt nicht hier, ich glaube, sechs, sieben Augen, sondern nur drei. Dafür haben wir noch einen Boss dabei. Da wird es dann auch ein bisschen schwieriger mit ein bisschen mehr Movement. Sobald wir dann alle diese Augen getötet haben, heilen wir uns am besten nochmal einmal voll. Und jetzt haben wir hinten noch ein paar Trash-Mobs. Erstmal diese Orb. Am besten killt ihr die einfach, dass die euch nicht nachfliegt. Und jetzt haben wir hier so einen großen Dämonen plus ein paar Fledermäuse. Da einfach so lang Kettenblitzschlag reinhauen, bis alle Fledermäuse down sind. Die Fledermäuse, umso länger die leben, stacken die sich so einen Buff hoch, machen immer mehr Schaden. Also die sollten schnell sterben, die sollten schnell weg erähen. Und dann einfach ihn wegbredeln. Ehrlich gesagt, der kann hier überhaupt nichts. Immer mal wieder das Wasserschild nachsetzen, das nicht vergessen. Das ist nämlich so mein Kryptonit. Dann an den Dingern vorbeilaufen. Nicht in diese Zonen reinlaufen. Diese Orbs, selbst wenn ihr die umgehauen habt, britzeln. Und wenn ihr danach hinkommt, dann machen die auf den Schaden. Hier müsst ihr den einen, der rumrennt, displayen. Und die anderen schnell hochheilen. Umso schneller die ihr hochheilt, umso fixer geht es hier weiter. Die verlieren nämlich die ganze Zeit Leben. Deswegen mit quasi Springflut unserer schnellen Heilung die instant hochheilen. So, jetzt haben wir hier den NPC. Den müssen wir einfach runter-DPSen. Der macht eigentlich relativ wenig Schaden. Ihr müsst euch zwischendrin nicht heilen. Ihr solltet bloß, wenn hier wieder der Pfeil kommt, euch hinter diese NPC stellen. Deswegen heilen wir die auch hoch. Dass wir quasi einmal diesen Pfeil dodgen können. Und dass wir dementsprechend nicht unser Mana verlieren. Übrigens, wir haben hier einen Timer. Also ihr müsst hier auf jeden Fall hinne machen. Wir haben 5 Minuten für das ganze Event. Wenn die 5 Minuten vorbei sind, dann ist Feierabend. Deswegen solltet ihr hier schon ein wenig schauen, dass ihr hinne macht. Ihr habt hier 3 NPCs übrigens, hinter denen ihr euch verstecken könnt. Ich habe meistens immer nur 2 gebraucht. Und theoretisch könnt ihr auch euch nur 2 hochheilen. Und den dritten euch sparen. Dann spart ihr euch ein bisschen Zeit. Wenn es dann aber doch blöd läuft und ihr den Boss schnell genug tötet. Und euch dann nicht verstecken könnt hinter den einen, dann ist der Drip. Jetzt müssen wir hier einmal durchkommen, ohne dass wir diese Kugeln adden. Und ja, die fliegen halt, solange ihr sie nicht tötet. Quasi immer hin und her. Und dementsprechend, manchmal ist es ein bisschen besser zu warten und zu schauen, dass ihr vorbeikommt. Ihr könnt die halt auch killen, dass die euch nicht wegbritzeln. Und euch dann hier oben hinstellen und dann kurbeln. Ihr kurbelt hier relativ lang. Und ich, das war glaube ich der Try, wo ich es verkackt habe. Ich kurbel an dem Ding. Und die britzelt mich. Und ihr seht, die haben mich totgebritzelt. Aber wir können hier anken. Das Shami ist da nicht zu Ende. Und jetzt haben wir einmal hier den Boss. Hier ziehe ich am besten, oder zieht ihr am besten auch wie ich, einmal den Erdele. Heilt euch dann komplett voll. Und jetzt haben wir hier wieder diese Augen. Plus, ihr seht hier unten diese kleinen anderen Augen, die einmal noch lasern. Und da solltet ihr halt, ne, ihr habt es euch wahrscheinlich schon gedacht, nicht drinstehen. Dann zieht ihr euch komplett voll. Und haut einfach erstmal wieder diese ganzen kleinen Augen um. Und am Schluss töten wir quasi den Boss. Der Boss macht eigentlich zwei Sachen. Der holt einmal hier diese Augen, die immer lasern. Alle paar Sekunden, dann müsst ihr halt die Position switchen. Ihr müsst ein bisschen aufpassen, ne. Die anderen Augen, die wir aus dem unteren Raum kennen, die pulsieren ja auch mit AE-Schaden um sich rum. Also da solltet ihr auch nicht ran. Und was er noch zusätzlich macht, er castet halt hier. Und das können wir theoretisch auch interrupten. Das Erdele hängt das aber easy weg. Also, das macht jetzt nicht so viel Schaden. Sobald ihr dann alle Augen gekillt habt, könnt ihr dann auf den Boss DPSen. Jetzt ist es die Geschichte, je nachdem wie viel Zeit ihr noch habt. Ihr seht, ich habe jetzt noch eine knappe Minute. Ihr könnt hier Heldentum ziehen. Dass ihr den Boss schneller runtergehauen bekommt. Das ist nicht so schlimm, wenn ihr es zieht. Dann müsst ihr nur am Ende ein bisschen warten. Denn, das hier ist quasi dann die vorletzte Phase, die ihr angeht. Oder die vorvorletzte, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall könnt ihr hier theoretisch alle Cooldons raushauen. Und dann einfach zehn Minuten in dem Raum warten, bevor ihr quasi in den nächsten Raum geht. Und ihr habt eure Cooldons wieder. Also, theoretisch ist es nicht schlimm, wenn ihr sie raushaut. Praktisch habe ich es jetzt so gemacht, dass ich mir dachte, Ja, ich kriege den bestimmt tot. Ich spare mir Heldentum, da muss ich nicht ewig rumwarten. So, und jetzt sind wir nämlich hier wieder in dem nächsten Raum. Sind aus dem Combat raus. Wir können wieder recken. Ist alles wunderbar. Und jetzt, sobald wir hier die Türe aufmachen, geht quasi das nächste Event weiter. Wenn ihr jetzt einen Haufen Sachen auf Cooldons habt, könnt ihr hier, wie gesagt, das Zeug auswarten. Erdele, ehrlich gesagt, ich habe es in der letzten Phase nicht gezogen. Man kann es bestimmt auch nochmal benutzen. Ich bin hier einmal gestorben. Falls ihr hier auch irgendwo gestorbt, denkt dran, setzt eure Runen wieder nach, Buff Food wieder nach. Und die ganzen anderen Sachen, die wir drauf haben. Und jetzt warten wir quasi hier einfach ab, bis wir die Sachen haben. Und dann können wir mal einen Ticken voranspringen. Weiß Sekunden, genau. Dann habe ich quasi auf die Tür gedrückt. Und dann geht es hier ein bisschen weiter. Und hier ist es jetzt so, dass wir unsere drei NPCs wieder haben. Die kämpfen aber jetzt gleich gegeneinander. Also ihr könnt es ja noch alle heilen. Also sowohl den Kommandanten als auch den Rogue und den Hunter könnt ihr heilen. Aber sie denken halt, dass die anderen irgendwie Dämonen sind und Feinde. Und dementsprechend verklopfen sie sich gegenseitig. Das ist aber nur so ein Nebenprojekt. Die machen nicht so viel Schaden. Am besten habt ihr halt das Erdschild drauf. Ich habe es jetzt erst auf den Tank gesetzt. Aber mehr Sinn macht es tatsächlich auf den Rogue oder den Hunter. Weil die kriegen tatsächlich mehr auf den Sack. Und dann könnt ihr die immer mal wieder zwischendrin heilen. Wichtig ist jetzt, dass quasi hier in der vorletzten Phase, müsste das jetzt nämlich sein, alle paar Sekunden am Rand Mob spawnen, die zum Boss in die Mitte fliegen. Und die müsst ihr voll heilen. Wenn die nämlich nicht voll geheilt sind, spawnen die später nochmal als Ads. Und dann wird es ein bisschen kritisch. Heißt, wir wollen unsere schnellen Heilungen aufsparen für diese Ads. Also ihr seht, da spawnen jetzt drei Ads. Die fliegen einmal hin. Und deswegen bin ich hier schon am Spammen. Denn die kann man nicht gleich ins Target nehmen. Das ist ein bisschen blöd. Da haue ich die Springflut raus. Hier mal eine schnelle Instant Heilung quasi. Und heile die hoch. Wichtig ist, eigentlich solltet ihr einen beim ersten Pack oder beim zweiten Pack durchlassen. Hat folgenden Hintergrund. Wenn ihr alle drei von diesen Packs quasi instant hochheilt. Also hier beim zweiten habe ich jetzt auch dieses Totem gezogen, dass das ein bisschen schneller geht. Haben wir einfach das Problem, dass gar kein Ads spawnt. Und habe das quasi perfekt gemacht. Kommt zwischendrin nur ganz kurz aus dem Kampf und könnte nicht vollrecken. Den Fehler habe ich gemacht. Ich habe es quasi in Anführungszeichen zu gut gespielt. Was man nicht machen sollte. Also einen sollte man hier beim ersten oder beim zweiten absichtlich durchkommen lassen. Ihr werdet gleich sehen, warum. Jetzt kommt das letzte. Und da war es jetzt bei mir so, dass ich da eigentlich bei einem dritten Pack quasi den einen durchkommen lassen wollte. Und wenn er hier, ich glaube, acht gefressen hat von den Typen oder wenn du acht hochgehalt hast, dann geht quasi der Bosskampf los. Jetzt kann man hier kurz recken. Das Problem ist, ich habe jetzt nur 69% Mana. Wenn man quasi einen verkackt, dann kommt nicht direkt der Boss raus, sondern dann spawnt das App nach ein paar Sekunden. Das dauert ein bisschen länger und man kann komplett vollrecken. Das ist so ein kleiner Tipp am Rande. Das habe ich mit meinem Druid-Heal tatsächlich auch so gemacht. Hier habe ich es jetzt blöderweise falsch gespielt. Egal, jetzt habe ich halt nur knappe 70% Mana. Und jetzt sind wir in der letzten Phase. Und hier ist es jetzt so, dass ihr am besten HT zieht. Und ihr könnt auf den Boss ein bisschen draufdamagen. Ihr solltet euch aber am Rand dran stellen. Und zwar immer an die Zone. Also ich gehe jetzt auch ein bisschen näher ran. Ich gehe jetzt auch absichtlich rein, denn ich habe hier einen Debuff drauf. Und wenn dieser Debuff, hier seht ihr den gerade, wenn der ausläuft, dann verursacht man, dass die prozentualen Lebenspunkte, die man hat, an den Rest der Gruppe heißt, wir wollen möglichst low sein, wenn der Debuff ausläuft. Das Problem ist, der Boss springt uns immer an. Und dementsprechend solltet ihr auch nicht zu low sein, sonst one-shottet er euch mit dem Ansprung, beziehungsweise ihr steht dann halt auch in der Suppe drin. Man kann es übrigens nicht verhindern, dass die NPCs in der Suppe sind. Das muss man halt einfach quasi gegenheilen. Ihr seht, ich habe den Debuff da raus. Ich schaue, dass ich mich nicht über 50% heile und eher wieder reinlaufe. Ich bin hochgegangen. Da war ich schon ein bisschen hoch. Da solltet ihr halt immer gucken. Am besten stellt ihr euch immer hier ganz an die Ecke ran, weil ihr wolltet langsam die ganze Fläche voll und am Ende habt ihr dann keinen Platz mehr. Mehr kommt hier im Endeffekt nicht. Man sollte immer ein bisschen aufpassen. Übrigens, ich habe hier am Ende meine CDs nicht mehr gezogen. Ich habe einen Trial verkackt. Da habe ich, glaube ich, mein Totem oder Ascendance, eins von den beiden CDs, gezogen. War komplett voll wieder. Ich war bei 100% Leben. Der Debuff ist quasi in die Luft gegangen. Und dann war es das. Hier habe ich jetzt doch nochmal Ascendance gezogen. Bin extra in die Void reingelaufen, dass ich hier runtergehe, weil das halt einen irgendwie extrem hoch. Und das ist immer ein bisschen tricky. Also wenn man den Debuff gerade draufbekommen hat, dann sollte man echt ein bisschen schauen, wenn man zu hoch ist, dass man sich absichtlich in die Void reinstellt, um sich ein bisschen runterzuhitten. Ich habe jetzt hier ehrlich gesagt ein bisschen gestruggled am Ende. Deswegen habe ich nicht sonderlich viel drauf DPS. Ihr tut euch wesentlich einfacher, wenn ihr zwischendrin die Zeit habt und ein bisschen den Schaden mit drauf bekommt. Am Ende wird es nämlich relativ eng. Ihr seht schon, ich bin jetzt fast einmal rum. Man kann dann, wenn man das ganz schön am Rand abgelegt hat, in der Mitte auch nochmal 1, 2 Kreise laufen. Das geht. Optimal habe ich es jetzt hier ehrlich gesagt nicht gespielt. Am besten solltet ihr quasi den Flammenschock drauflassen, dass ihr auch mal ein paar Procs kriegt, um den ein oder anderen Instant noch rauszuholen. So, jetzt seht ihr, jetzt ist in der Mitte noch ein kleiner Platz. Optimal habe ich es nicht gespielt. Der hat hier am Anfang schon ein bisschen hingewollt. Und ja, ich habe dann auch noch ein bisschen hier mit Dings gespielt. Mit dem Link-Totem, da kann man sich nämlich, auch wenn man ein bisschen weniger Life noch hat, quasi, ja, mit dem Debuff die Gruppe quasi ein bisschen weiter oben halten noch, weil man dann teilweise mit nur 10, 20 Prozent den Debuff auslaufen lassen kann. Und dann hat man halt den Vorteil, dass die Verbündeten hier kaum Schaden kriegen. Ich habe jetzt hier noch ein paar Flecken. Jetzt wird es dann schon relativ eng. Ich glaube, da bin ich am Ende dann auch irgendwann abgenippelt, weil ich mich einen Ticken zu low droppen lassen habe. 20 Prozent, das reicht halt dann doch nicht ganz. Wenn wir jetzt gerne mal anspringen, dann war es das, glaube ich. Aber das Schöne ist, es ist nicht vorbei, wenn ihr hier sterbt. Ihr solltet bloß nicht freilassen. Es ist nämlich erst vorbei, wenn einer von euren NPC stirbt. Heißt, wenn ihr bei 5 Prozent oder drunter sterbt, ist es nicht wild. Am besten halt dann lieber eure Typnummer hoch. Opfert euch selber. Und dann habt ihr das quasi auch geschafft. Also sobald der Boss stirbt, habt ihr es geschafft. Und ihr kriegt quasi auch den Credit für die ganze Challenge. Gut, das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Am Ende ist es nicht mehr schwer. Macht nicht den Fehler wie ich. Zieht irgendwelche CDs, wenn ihr den Debuff gerade drauf habt und der kurz vor dem Ablaufen ist und ihr euch komplett nochmal voll heilt, was ja prinzipiell schön ist, aber dann halt eure Gruppe sprengt. Gut, das war es eigentlich soweit von der Challenge. Ich hoffe, der eine oder andere konnte damit was anfangen. Ich werde mich jetzt dann an den anderen Challenges noch probieren. Vor allem die anderen Heiler werden bei mir noch ein bisschen knackig. Und ja, ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich helfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.